Herzlich Willkommen zurück zur Let's Play Landwirtschaft Simulator 2015 weiter mit Klaus und Jan. Jawoll. Wir sind hier in Ackerndorf und bringen das Acker zum Ackerndorf. Höhöhöh. War lustig, oder? Ich will nicht. Okay, Arschloch. Diesmal fahren wir hier lang, dass Jan sich blocken kann. So, Jan fährt da den Silo. Oh, Jan hat sein Silo leer. Tada. Oh. Oh, 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 oh. Mit mir nicht, Freundchen. Ja, dann müssen wir den Hänger von unten noch nach oben holen. Können wir dann da oben rein kippen. Oh, ich muss auf Schalte raus. Boah, nimm mal. Näh, 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 näh. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh, äh. Und wenn wir jetzt schlau sind, können wir genau nebeneinander arbeiten. Oh, sind wir schlau, näh, ne? Näh. Oh, ist Nero. Oh, siehste, wir sind nicht schlau. Oh, siehste, wir haben hier so eine Idee. Hm. Ha, 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 ha. Er hat alles daneben mitgebt. fahr mal den Hänger ein bisschen weiter nach hinten dann können wir nämlich beide wirklich zusammen laden finde ich voll geil sowas mag ich wenn er dann wirklich mit mehreren Leuten Sachen muss Sammschnüffel Danke Was ist? Hats geleckt Hör ein bisschen Besser Hey ich kann nicht weiter rüber Nein Was wollen wir mit Teilwand Wann gibt es denn da so ein Zeichen Stroh Was das Stroh gerade reingemacht hat Was steht da Gras Hab ich ja noch nie gesehen Bei der Futteranlage gerade Ich hab noch nichts geupdatet Zeig dir das Hat er dir das auch angezeigt Mischstation Jetzt hat er gemischt Jetzt fährt er los Mega geil Jan ne? Ja Deiner hört sich nur besser an wie meiner Deiner brüllt so schön Wir müssen auf jeden Fall dann in den nächsten Folgen die Mischstation wieder bestimmen Was ja alles da vorrätig liegen Naja Weil da noch Gras 27% Im Lager Bei wenig ist es die Tiere wieder aufgefüllt werden jetzt Ja das habe ich schon Dies haben sie schon gekriegt Das kriegen sie jetzt noch Wasser brauchen wir noch nicht Und wenn das auch schon wieder ein Zweck Darf auch Bühne auch Wasser können die Kühe gebrauchen Und runter Wasser Mega schnell Jan oder Ja Wenn du jetzt überlegst du hast jetzt 56.000 reingehauen In den Lkw Das geht schneller ne? Als wenn du das oben machst oder? Ich glaube schon ja Kann ich ja nicht abladen Kann ich abladen Kann ich mal die abladen Kann ich nicht abladen So, 900.000 haben wir. Okay. Kriegen wir noch einen Hänger voll? Okay. Okay. Mega geile Sache. Na komm, mach voll. 34.000 haben wir hier. So. Voll kriegen wir nicht mehr. Aber egal. Aufgabe erfüllt. Zwei Silos leergefahren gerade in zwei Folgen hier. Ja. Lächerlich, ne? Ja. Einfach von allen nur die Massen haben. Ja, was ich halt auch geil finde. Ich glaube, ich hätte zu dieser DDR-Map, die wir ja spielen, oder altertümliche Treckers in dem Sinne, weil die Map ist ja ziemlich neu. Äh, hätte ich keinen Bock, wenn wir nicht das hier noch nebenbei ausspielen würden, weil das, weißt du, hier geht alles schnell, alles rucke die Zug. Bei der anderen kannst du, ja, ist halt mehr Arbeit drin, ne? Ja. Um besser dich zu bekommen. Du hast halt eine extreme Abwechslung dabei. Es ist halt das, was cool ist. Mhm. Ich würde auch gerne nochmal von ganz vorne anfangen. Ja. Auf modern. Ne? Weil, wenn wir jetzt wieder einen Umzug machen. Haben wir ja noch mehr Sachen. Oh. Ja, weil du auf, äh, auf der neuen Map, auf der DDR-Map, wo wir jetzt neu angefangen sind. Also ich finde, da ist der Reiz größer, wieder zu irgendwas voranzubekommen, als vorher. Ja, klar. Ja, und wenn du bei gehst und auch sagst, ey, wir leben nur durch Mods. Warum nicht? Mhm. Gut. Viele denken, wir haben nicht viele Mods, aber das hier sind alleine schon 1,2 Gigabyte Mods. Ja. Nur dieser hier. Voll. Heftig, ne? Ist voll? Ja. 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 Das müssen wir hier wegen halber Sache nochmal gleich fahren, oder was? Aber du fährst halt oben selbst rein, Jan. Ja, mach ich gerade. Da stand doch 38.000. Ach, du hattest was in der Schaufel, ich hatte noch was in der Schaufel. Ja. 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 Das hier ist ne Waage. Guckt mal, Leute, ich müsste erstmal hier auf die Waage eigentlich fahren. Hm? Ja, hier ist ne Waage. In der Schuppen drinne. Oh. Kann ich ja nicht laden. Ja, äh, Speicher ist voll. Ich kann mich unten kümmern, unsere Radclader reinstellen. Ja, der Speicher ist voll. Ich kann den nicht mehr abkippen. Was? Jo. Ne, jetzt hoppet voll. Zur Zeit, kurz schneller, steuer. Das ist schon heftig, ne? Ja. 19.000 Gülle auch schon, Klaus. Uh. Ich stelle mal ganz kurz die Zeit, Schöner. Jetzt steht da bei mir, Silage. Hat er grad gestanden. Aha. Jetzt fährt er weiter. Zack, Stroh. Ja, steht bei mir nicht. Voll cool. 22.000. Bei mir steht nur bei Älter 1, 2, 3. Na, jetzt sollte ich wohl abkippen können, oder? Speicher ist zwar noch nicht leer, aber... Ich krieg wieder nicht alles rein. Ich muss immer die Zeit schneller stellen. Das geht ja grad gar nicht klar. Wir waren zu schnell, Jan. Ihr zu schnell, oder die Maschine zu langsam? Ups, ich hänge fest. Mal laufen lassen. Wir kriegen auch die ganze... Ach, ich schade, so. 30.000 Gülle jetzt drin ist schon. Geht aber genug rein. 3% sind 30.000. Oh, Licht ging an auf dem Map. Und kriegen leer. Jawoll, haben leer gekriegt. Ey, schau. Ja, schau, 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 schau. Jetzt kann ich den wegbringen hier. Na, denkt dran, ne, kommt von der Biogastanlage nicht runter, ne? Oh, ne, ja, schon 10 Uhr. Guck mal hier. Tada. Sehr geil. Ganzes Tor zu machen. Na klar. Wie kommt es denn da wieder rein? Hier ist natürlich ganz oben zu machen. Wie geil ist das denn? Da wusste ich auch noch nicht. Nehmt mich mit. Anni steigt auch nicht. Nicht ganz schnell vom Hof runter. So, geschafft. Rum um die Kurve. Jawollah. Hamburg geschafft. Hä? 979.000 haben wir. Erstmal der Karm. Bauern eintritt jetzt erstens. Echt, gibt's bei euch Bauern eintritt? Hey, hier auch ein Hof. Ach so. Ich brauche euch, gibt's doch auch ein Hof. Also, da geht's jetzt zum Ende. Na, aber da Molten auch viel getan, den ganzen, also, wir überlegten, keine Nacht, ne? Der ist mal schön nach Hause und dann, üpp, tot, überfahren lassen. Und dann stellen wir jetzt erstmal hier hin. Ja, damit sagen wir, vielen, vielen Dank fürs Einschalten hier bei Landwirtschaftssimulator. Wir hören uns dann, ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Ah, dann spielen wir die andere Map. Sagen auf jeden Fall, vielen, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.